Habe die Ehre, es ist Dienstag, mein Name ist Daniel Muletz und herzlich willkommen zurück zu DoubleJump, deinem werktäglichen Game News Podcast. Auf DoubleJump präsentiere ich dir werktäglich Montag bis Freitag die wichtigsten und interessantesten Game News des Tages. Der Gran Turismo-Chef Kazunori Yamauchi hat seine Meinung zu Gran Turismo auf der Playstation 5 geäußert, ein Geist aus vergangenen Zeiten ist am Wochenende aus dem Nichts aufgetaucht, auf einmal ist nämlich ein spielbarer Prototyp von StarCraft Ghost Leaked, XCOM 2 und Catherine Fullbody wurden in Südkorea Alters eingestuft und der Sonic-Film ist weitaus erfolgreicher als wir es alle erwartet haben. Wenn du mit den wichtigsten und interessantesten Game News des Tages, Montag bis Freitag, automatisch in deiner Podcast-App informiert werden willst, dann abonniere DoubleJump jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl, denn DoubleJump ist sprichwörtlich überall verfügbar. Kazunori Yamauchi, der leitende Direktor von Polyphony Digital, hat sich zu seiner Meinung über die Zukunft von Gran Turismo auf der Playstation 5 geäußert. Seiner Meinung nach ist für Gran Turismo auf der Playstation 5 keine 8K-Auflösung nötig. Ihm reicht 4K absolut. Was er will, wo er den größten Unterschied merkt, das ist die Framerate. Diese möchte er nämlich bei 4K auf 120 bis 240 Bilder pro Sekunde rauftreiben. Was meinst du? Willst du bei einem Rennspiel wie Gran Turismo auch lieber eine höhere Framerate sehen oder ist dir die Optik wichtiger? StarCraft Ghost war ein Spin-Off-Game, welches als Third-Person-Shooter eine ganz neue Perspektive auf die Welt von StarCraft geben wollte. StarCraft Ghost wurde zum ersten Mal dann auf der Tokyo Game Show 2002 angekündigt, mit einem geplanten Release für Xbox, Playstation 2 und Nintendos Gamecube. Die Entwicklung des Games war dann von Anfang an von allen möglichen Problemen geplagt, 2006 daraus gehend dann pausiert und 2014 hatte der ehemalige Blizzard-Chef Mike Morhaime bestätigt, dass das Game einfach cancelled wurde. Jetzt wurde übers Wochenende dann bekannt, dass im Januar jemand auf YouTube ein HD-Video des unfertigen Games geleakt hat. Wer genau für den Leak verantwortlich ist, kann man aus dem Video nicht erschließen, aber der Leaker muss im Besitz eines Xbox-Devkits sein, auf dem sich das Game noch befunden hat. Wenn ihr StarCraft mögt und interessiert seid zu sehen, was sein hätte können, schaut euch das Video dann am besten an. In der Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player und in den Shownotes auf www.doublejump.at habe ich dir einen Artikel vom amerikanischen Magazin Kotaku verlinkt und dort kannst du dir das Video dann umgehend anschauen. Das South Korean Ratings Board, das südkoreanische Äquivalent zur deutschen USK, die Wissen zu liefern. Übers Wochenende sind neue Alters-Einstufungen für die Nintendo Switch-Versionen von Catherine Full Body und XCOM 2 öffentlich geworden. Beide sind jetzt, was die Altersfreigabe betrifft, in Südkorea festgesetzt. Wenn in Südkorea ein Game Alters eingestuft wird, welches bei uns noch nicht mal angekündigt ist, dann könnte davon ausgehen, dass das Game auch wirklich kommt. Zuletzt hatten wir diese Situation mit Metro Redux. Das Game wurde Wochen bevor der Ankündigung in Korea bereits Alters eingestuft und mittlerweile wurde es auch bei uns für Nintendo Switch angekündigt. Im Endeffekt aber sind diese Alters-Einstufungen keine Indikatoren dafür, wann diese Games erscheinen. Weil zum Beispiel damals mit Metro Redux wurde ja ebenfalls die Bioshock Collection eingestuft, aber dazu haben wir bis heute noch keine Ankündigung erhalten. Erscheinen werden die Games auf alle Fälle. Nur wann? Damit sollten wir uns positiv überraschen lassen. Und als letzte Story des Tages, meine Damen und Herren, wie es aussieht, wird der Sonic-Film der erfolgreichste Videogame-Film bis jetzt. Die Verfilmung von Sonic the Hedgehog ist ja am Freitag zum Valentinstag bei uns und in den USA ins Kino gekommen. Für die USA haben wir jetzt bereits erste Kinodaten, denn in den USA hat der Film tatsächlich den erfolgreichsten Start einer Videospielverfilmung bis jetzt hingelegt. Jetzt, am ersten Wochenende, hat der Film in den USA bereits 57 Millionen US-Dollar eingenommen und das sind zweieinhalb Millionen mehr als Detective Pikachu im selben Wochenende. Das ist echt beeindruckend, wenn wir nur daran zurückdenken, was für einen grausamen Start der Film eigentlich hatte. Sonic sah im originalen ersten Trailer aus wie etwas, was der echte Sonic ausgekotzt hätte. Aber der Fanservice mit der kompletten Umgestaltung von Sonic, damit er mehr wie der Videogame-Charakter aussieht und dass das Marketing-Team auf die Sonic-Fans im Internet zugegangen ist, das scheint sich wirklich bezahlt gemacht zu haben. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich plane das im Laufe der Woche noch zu machen. Und du? Alle Links zu den heutigen News-Stories findest du in der Episoden-Beschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at Und jetzt bist wieder du an der Reihe. Wie immer, bin ich auch heute wieder irrsinnig neugierig auf deine Meinung. Erzähl mir, was du von den heutigen News-Stories hältst, in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Auf Instagram, da findest du DoubleJump unter doublejump.at. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Aber Apple Podcasts wie auch Instagram findest du beides ebenfalls verlinkt in der Episoden-Beschreibung in deinem Podcast-Player und in den Shownotes. Auf Instagram, da beantworte ich dir jedes Kommentar persönlich. Und das interessanteste Kommentar des Tages, das beantworte ich innerhalb der nächsten Podcast-Episode in der Sektion Kommentar des Tages. Bevor wir die heutige Episode jetzt aber beenden, wenn dir die heutigen News gefallen haben, dann bewerte DoubleJump bitte positiv auf Apple Podcasts. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann bitte negativ. Denn mit deiner Bewertung hilfst du der Show dabei, dass neue Zuhörer diese durch den Apple-Algorithmus finden. Meine Damen und Herren, das war's dann von mir wieder für heute. Mein Name ist Daniel Muletz, das war DoubleJump, dein werktäglicher Game-News-Podcast und wir hören uns wieder morgen. Habe die Ehre!